hallo leute wieder mal da und nachträglich gezockt ihr das letzte mal gesehen dass da hinten was leuchtet und wir haben das hier total überlaufen das heißt wir waren so begeistert von der furniture also von diesen büro einrichtungen dass wir da hinten nicht reingesprungen sind und das machen wir doch klappt jetzt seht ihr einmal so ok ich hoffe euch geholfen zu haben da ist das ding dass er etwas gefunden ja der hat was gefunden ja ok bis bald also wir finden doch alles ok ciao bis zum nächsten mal euer toso ja